Jahrelang behandelte der Vater seine Tochter mit Gleichgültigkeit, weil er ihr gegenüber Vorurteile hatte, weil sie eine Frau ist. Doch 20 Jahre später wird er mit einer unerwarteten Wendung konfrontiert, die ihn zu tiefem Bedauern veranlasst. In dem kleinen Speisesaal der Almeidas herrschte spürbare Spannung. Es war Mirella, 15 Jahre. Geburtstag. Das jüngste Kind von Roberto Almeida, einem Patriarchen mit starren und überholten Überzeugungen. Der Tisch war zwar gedeckt, aber es fehlte die für Geburtstagsfeiern typische Herzlichkeit. Carlos und Raphael, Mirella Brüder, diskutierten über Autos und geschäftliche Unternehmungen und vernachlässigten dabei die Anwesenheit ihrer Schwester Mirella. Zurückgezogen und schweigend beobachtete sie ihren Vater, der nur selten mit ihr sprach und sich ausschließlich auf seine männlichen Kinder konzentrierte. Mirella Mutter, die vor Jahren starb, hinterließ eine Lehre, die nie gefüllt wurde. Roberto brach das Schweigen und sagte, ohne Mirella anzusehen, Ich hoffe, ihr seid bereit, das Unternehmen dieses Jahr zu leiten, Carlos und Raphael. Wir müssen expandieren. Carlos antwortete mit einem Lächeln, Natürlich, Papa, aber zuerst haben wir eine Party, der heutige Abend wird sensationell. Raphael stimmte lässig zu. Ich auch, Papa. Lass uns Spaß haben, ja? Mirella, die es nicht mehr aushielt, stand auf und sagte mit zitternder, aber entschlossener Stimme, Papa, du hast mir nicht einmal gratuliert, warum siehst du mich nicht wie meine Brüder? Roberto, der von dieser Unterbrechung überrascht war, antwortete kalt, Mirella, BI-Mädchen ist das anders. Daraufhin antwortete Mirella, Mein einziges Manko ist, dass ich in deinen Augen eine Frau bin. Ich habe es satt, ignoriert zu werden. Ich gehe. Ich erwarte nicht, dass du mich verstehst oder dich kümmerst. Roberto sagte mit einem Blick, in dem sich Überraschung und Gleichgültigkeit mischten, Wenn du so denkst, dann tu, was du für das Beste hältst. Unter Tränen, aber entschlossen, nahm Mirella ihre Tasche und verließ den Raum. Carlos und Raphael tauschten einen Blick aus, schwiegen aber in der Stille, die sich eingestellt hatte. Roberto schien teilnahmslos zu sein, aber innerlich spürte er einen leichten Zweifel, den er aber schnell unterdrückte. Sie wird zurückkommen, wenn sie müde wird, dachte er. Aber Mirella kam nicht zurück, und diese Nacht war der Beginn einer Reise, die das Leben der Familie Almeida für immer verändern sollte. In den folgenden Jahren sah sich die Familie Almeida mit einer Reihe von unüberlegten und katastrophalen Entscheidungen konfrontiert. Roberto, der sich zunehmend Sorgen um das Schicksal seines Unternehmens machte, rief Carlos und Raphael häufig zu Besprechungen zusammen und versuchte, ihnen ein Gefühl für unternehmerische Verantwortung zu vermitteln. An einem besonders schwülen Tag versammelte Roberto seine Söhne in seinem Büro. Auf dem Tisch lagen Papiere und Diagramme, die die sich verschlechternde Finanzlage des Unternehmens verdeutlichten. Seht euch das an, sagte er und zeigte auf die Diagramme. Wenn wir den Kurs nicht ändern, wird es kein Unternehmen mehr geben, das wir erben können. Carlos, der sich gleichgültig in seinem Stuhl zurücklehnte, erwiderte, Beruhige dich, Papa. Wir schaffen das schon. Wir brauchen nur mehr Investitionen für meine Ideen. Raphael kommentierte mit der gleichen Gleichgültigkeit. Genau. Und wir haben die Farm. Wir können einen Teil davon verkaufen, wenn wir schnell Geld brauchen. Roberto wandte sich hoffnungslos an seine Söhne und sagte, Ihr begreift nicht, wie ernst das Problem ist. Dieses Unternehmen ist das Erbe eures Großvaters und meines. Es ist nicht nur eine Einnahmequelle. Die Brüder tauschten Blicke aus und schienen sich nicht für die Sorgen ihres Vaters zu interessieren. Sie hatten bereits Pläne für den Abend und die Sorgen ihres Vaters schienen weit weg zu sein. Ihr seid jung, sagte Roberto. Aber ihr müsst an die Zukunft denken. Nicht nur an eure eigene, sondern auch an die der Firma. Carlos stand ungeduldig auf und sagte, Papa, du hast dir immer zu viele Sorgen gemacht. Wir werden das schon regeln. Aber jetzt entschuldige mich. Ich habe Verpflichtungen. Raphael folgte seinem Bruder und ließ Roberto mit seinen Unterlagen und Ängsten allein. Als er die Papiere vor sich betrachtete, fühlte er sich machtlos. Er begann sich zu fragen, ob er es versäumt hatte, seinen Kindern den wahren Wert von harter Arbeit und Verantwortung zu vermitteln. Und tief in seinem Herzen begann das Fehlen von Mirella schwerer zu wiegen, als er es je zugeben würde. Im Laufe der Jahre verschlimmerte sich die finanzielle Krise der Almeidas. Roberto, gealtert und erschüttert von der Last seiner Entscheidungen, stand vor der schweren Entscheidung, den Familienbetrieb, seinen letzten wertvollen Besitz zu verkaufen. Der Hof war ein Hort der Erinnerungen, ein Ort seiner Kindheit und der glücklichsten Momente seines Lebens. An dem Tag, an dem der Hof verkauft werden sollte, traf Roberto einen Käufer, einen Geschäftsmann mit einem freundlichen Gesicht. Im alten Haus des Anwesens, im Wohnzimmer, das einst voller Lachen und Gespräche war und nun von einer traurigen Atmosphäre durchdrungen war, sprachen sie über die Zukunft des Hofes. Herr Almeida, ich verstehe, dass dieser Ort für Sie einen sentimentalen Wert hat, sagte der Käufer und sah sich um. Es ist nicht nur ein Stück Land, es ist ein Stück Ihres Lebens, Roberto sagte mit bewegter Stimme. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder Winkel dieses Landes erzählt einen Teil meiner Geschichte, der Verkauf ist, als würde ich ein Stück von mir selbst aufgeben. Nach kurzem Schweigen schlug der Käufer vor. Wenn ich darf, könnten Sie hier weiterleben. Ich brauche jemanden mit Ihrer Erfahrung, um den Hof zu führen. Überrascht und gerührt, fragte Roberto. Darf ich bleiben? Natürlich, ja, antwortete der Käufer und lächelte. Es ist eine Ehre, dass jemand mit Ihrer Erfahrung diesen Hof leitet. Betrachten Sie es als Teil des Geschäfts. Roberto fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Dankbarkeit. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Farm ist alles, was ich noch habe. Mit dem unterzeichneten Vertrag begann für Roberto ein neues Kapitel in seinem Leben. Nun als Verwalter des Hofes, der einst ihm gehörte. Er widmete sich der Pflege des Landes und zeigte dabei einen Respekt und eine Zuneigung, die nur diejenigen ausdrücken konnten, die dort aufgewachsen waren. Nachts saß Roberto oft auf der Veranda und betrachtete die Sterne, während er über seine abwesende Tochter und die Fehler, die er mit seinen Kindern gemacht hatte, nachdachte. Die Farm war zu einem Zufluchtsort für seine Erinnerungen geworden. Ein Ort, an dem sich die Erinnerungen an die Vergangenheit und die Realitäten der Gegenwart in einer traurigen Harmonie vermischten. Einige Monate waren vergangen, seit Roberto seine Arbeit unter der neuen Leitung des Hofes aufgenommen hatte. Er gewöhnte sich an die neue Routine und fand Trost in der Vertrautheit der manuellen Arbeit. Eines Tages wurde er jedoch zu einer unerwarteten Besprechung im Büro der Farm gerufen. Als Roberto eintrat, sah er eine junge Frau am Tisch sitzen. In der Annahme, es handle sich um die Sekretärin des neuen Besitzers, fragte er, guten Morgen, ich wurde zu einer Besprechung gerufen, wo ist ihr Chef? Die Frau sah ihn mit ruhiger Miene an und antwortete, guten Morgen, Herr Almeida, aber eigentlich sind Sie wegen mir hier. Überrascht, fragte Roberto, sie? Ich dachte, der Besitzer sei ein Mann, wo ist er? Sie antwortete mit einem leichten Lächeln, ich habe den Hof vor ein paar Monaten gekauft und bin jetzt für die Verwaltung zuständig. Roberto ist immer noch verwirrt und wird ungeduldig. Und was hat das mit mir zu tun? Warum hat man mich vorgeladen? Sie stand auf, ging auf ihn zu und überreichte ihm eine Mappe. Herr Almeida, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich einige Änderungen im Team vornehme. Dazu gehört leider auch Ihr Weggang. Roberto spürte einen emotionalen Schock. Veränderungen? Ich kenne jeden Zentimeter dieses Betriebs. Sie können mich nicht einfach entlassen. Sie unterbrach ihn und sagte, Ich verstehe deine Verbundenheit mit diesem Ort, aber die Entscheidung ist gefallen. Hier sind deine Abschlussdokumente und die Entschädigung für deine Arbeit. Als Roberto die Papiere mit zitternden Händen in die Hand nimmt, kann er kaum glauben, was passiert. Ich bin sprachlos. Dieser Hof ist mein Leben. Die Frau sah Roberto mit einem verständnisvollen Blick an und sagte, Ich verstehe, dass es schwierig ist, aber Veränderungen sind manchmal unvermeidlich. Ich hoffe, sie verstehen das. Niedergeschlagen und verwirrt verließ Roberto das Büro und dachte darüber nach, wie sein Leben eine solche Wendung genommen hatte. Umhüllt von Gefühlen des Verlusts und des Bedauerns dachte er an alles, was er verloren und aufgegeben hatte. Nach dem anfänglichen Schock über die Nachricht seiner Entlassung wanderte Roberto Gedanken versunken auf dem Hof umher. Später am selben Tag wurde er wieder ins Büro gerufen. Widerwillig machte er sich auf den Weg dorthin und stellte sich vor, dass er endlich den wirklichen Besitzer treffen würde. Als er eintrat, sah er die gleiche ruhige Frau hinter dem Schreibtisch. Sie schon wieder? fragte er und in seiner Stimme schwang Frustration mit. Was wollen Sie jetzt noch von mir? Sie sah ihn mit einer Gelassenheit an, die im Gegensatz zu ihrer Unruhe stand. Herr Almeida, gibt es noch etwas, das Sie wissen sollten, bevor Sie sich von diesem Hof verabschieden? Roberto antwortete sarkastisch. Was können Sie mir noch nehmen? Ich habe bereits meine Arbeit und mein Zuhause verloren. Sie holte tief Luft und verriet, ich bin nicht nur die neue Besitzerin dieser Farm, sondern auch jemand aus deiner Vergangenheit, von dem du nie gedacht hättest, dass du ihn wiedersehen würdest. Roberto fragte verwirrt. Aus meiner Vergangenheit? Wie meinen Sie das? Sie stand auf und sah ihm in die Augen. Ich bin Mirella, deine Tochter, das Mädchen, das du vor 20 Jahren hast gehen lassen. Roberto wich ungläubig zurück. Mirella? Nein, das kann nicht sein. Sie unterbrach ihn mit emotionaler Stimme und sagte, sie war ein Kind, das von seinem eigenen Vater verachtet wurde. Aber sie ist erwachsen geworden, hat ihren Weg gemacht und jetzt ist sie hier, vor dir. Roberto musterte ihr Gesicht und suchte nach Spuren des Mädchens, das er einst gekannt hatte. Erinnerungen an Mirella Abschied kamen ihm in den Sinn. Mirella? Wie ist das möglich? murmelte Roberto, immer noch fassungslos über die Enthüllung. Mirella kam auf ihn zu, ihre Augen tränten. Ich habe hart gearbeitet, um dort hinzukommen, wo ich jetzt bin und ich habe diesen Hof gekauft, weil er auch mir wichtig ist. Aber du musst verstehen, dass dieser Rücktritt Teil dessen ist, was ich tun musste. Roberto, der versuchte, die Situation zu verstehen, fühlte eine Mischung aus Schock, Reue und einem Hauch von Stolz. Mirella, ich bin sprachlos. Du brauchst jetzt nichts zu sagen, Papa, sagte Mirella und deutete auf einen Stuhl. Wir haben eine Menge zu besprechen. Als sie sich in dem Büro, das jetzt Mirella gehörte, gegenüber saßen, war die Stille zwischen ihnen greifbar. Roberto kämpfte immer noch damit, zu akzeptieren, dass die Frau vor ihm seine Tochter war, dieselbe, die er vor Jahren vernachlässigt und entfremdet hatte. Mirella begann zu sprechen. Ihre Stimme war voller Emotionen. Als ich hier wegging, war ich nur entschlossen zu beweisen, dass du dich in mir getäuscht hast. Ich wollte zeigen, dass eine Frau zu sein keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Roberto hörte mit einem Ausdruck von Schmerz und Überraschung aufmerksam zu. Mirella, ich hätte nie gedacht, dass... Sie unterbrach ihn und sagte, Du hast nie geglaubt, dass ich erfolgreich sein könnte? Aber ich habe es geschafft. Ich habe an verschiedenen Orten gearbeitet. Ich habe studiert. Ich habe gekämpft. und nach und nach habe ich mir meinen eigenen Weg gebahnt. Mit Tränen in den Augen gestand Roberto. Mirella, ich bereue es wirklich. Ich habe mich geirrt. Mirella, murmelte Roberto. Seine Stimme war voller Emotionen. Du hast recht. Ich habe mich sehr geirrt. Du hattest schon immer die Fähigkeit. Sie unterbrach ihn sanft, sah ihrem Vater in die Augen und sagte, Ich bin nicht zurückgekommen, um deine Anerkennung zu suchen oder um mich zu rächen. Ich bin zurückgekommen, um ein Kapitel in meinem Leben abzuschließen und dir irgendwie zu zeigen, was du verloren hast. Roberto senkte den Kopf, erdrückt von der Last seiner Gewissensbisse. Ich habe so viel Zeit vergeudet, Mirella, wenn ich zurückgehen könnte. Aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen, Papa. Mirella mischte sich sanft ein und fuhr fort. Was wir tun können, ist aus der Vergangenheit zu lernen und zu versuchen, uns in der Zukunft zu verbessern. Nach einer kurzen Pause fuhr Mirella fort. Ich habe den Hof ursprünglich als Investition gekauft, aber als ich erfuhr, dass du hier bist, habe ich meine Pläne noch einmal überdacht. Was meinst du damit? fragte Roberto, immer noch verwirrt. Mirella holte tief Luft, bevor sie es ihm erklärte. Ich möchte dir den Hof zurückgeben, Papa, nicht als Geschenk, sondern als Anerkennung dafür, dass wir uns alle entwickeln und verändern können. Roberto starrte sie entgeistert an. Du willst mir den Hof zurückgeben? Ja, bestätigte Mirella, aber unter einer Bedingung. Du musst die Veränderungen nicht nur bei mir, sondern auch bei dir selbst und in der Welt um dich herum akzeptieren. Roberto stimmte wortlos mit einem Nicken zu. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Was als ein Tag des unerwarteten Verlustes begonnen hatte, wurde nun zu einem Moment der Erlösung und Versöhnung. Seine Tochter, die er verloren hatte, gab ihm nicht nur sein Erbe zurück, sondern bot ihm auch die Chance, wieder Anschluss zu finden und vielleicht etwas Neues aufzubauen. Als die Sonne unterging und den Hof in goldenes Licht tauchte, setzten Mirella und Roberto ihr Gespräch fort. Roberto, der immer noch von Mirella Größe und Reife bewegt war, hatte Mühe, seine Gefühle auszudrücken. Mirella, begann er und seine Stimme zitterte. Das habe ich nicht verdient, nach allem, was ich für dich getan oder besser gesagt nicht getan habe. Mirella unterbrach ihn und legte ihre Hand auf seine. Papa, es geht nicht darum, etwas zu verdienen, sondern darum, zu heilen und weiterzumachen. Ich war lange Zeit nachtragend, aber ich habe erkannt, dass es nichts bringt, einen Groll zu hegen und ich möchte, dass dieser Hof für uns beide einen Neuanfang bedeutet. Roberto blickte nachdenklich auf die Besitzurkunde auf dem Tisch. Was ist mit deinen Brüdern, Carlos und Raphael? Sie, sie haben ihre eigenen Wege, antwortete Mirella mit einem Anflug von Traurigkeit. Ich hoffe, dass auch sie, wie wir ihre Erlösung finden werden, aber im Moment symbolisiert dieser Hof unseren Neuanfang. Mit einer Mischung aus Bewunderung und Ungläubigkeit hielt Roberto die Urkunde hoch und sagte, Mirella, ich verspreche dir, mein Bestes zu geben. Ich werde dieses Land nicht nur als Geschäft, sondern auch als Zuhause betrachten und vielleicht kann ich mit der Zeit einige der Fehler, die ich gemacht habe, wieder gut machen. Mirella lächelte und eine Träne rann ihr über die Wange, als sie sagte, ich glaube an dich, Papa, und ich werde hier sein, nicht als Besitzerin, sondern als deine Tochter, wann immer du mich brauchst. In diesem Moment verschob sich etwas zwischen ihnen, eine Brücke, die sich über Jahre des Schmerzes und des Grolls gebildet hatte. Sie standen auf und Mirella umarmte ihren Vater, eine Umarmung, die das Versprechen eines Neuanfangs besiegelte. Als die Nacht auf dem Bauernhof hereinbrach, blickte Roberto auf den Horizont und spürte einen lang vergessenen Frieden. Mirella, die an seiner Seite war, teilte diesen Moment, wohl wissend, dass die Reise, die vor ihnen lag, lang und möglicherweise schwierig sein würde. Aber zum ersten Mal seit vielen Jahren würden sie auf diese Weise zusammen sein. Ein Kapitel im Leben der Familie Almeida schloss sich und machte Platz für ein Neues, das voller Hoffnung auf neue Möglichkeiten war. In den folgenden Monaten vollzog sich auf der Versende Almeida ein bemerkenswerter Wandel, bei dem Mirella und Roberto zusammenarbeiteten. Der Ort begann in einer Weise zu florieren, wie es schon lange nicht mehr der Fall gewesen war. Roberto, der durch seine neue Aufgabe und die Gesellschaft seiner Tochter gestärkt wurde, arbeitete mit einer Energie, die seine Jahre verjüngt zu haben schien. Bei einem Spaziergang über den Hof, bei dem er die Arbeiter auf den Feldern beobachtete, sagte Mirella, Papa, ich hätte nie gedacht, dass ich nach all dem, was passiert ist, hierher zurückkommen würde. Roberto antwortete mit einem sanften Lächeln, ich habe es auch nicht erwartet, Mirella, aber ich bin sehr dankbar für deine Rückkehr. Du hast mich gelehrt, dass es immer möglich ist, sich zu ändern, auch wenn es spät erscheint. Mirella hielt einen Moment inne und blickte hinauf, wo der Himmel auf die grünen Felder traf. Viele Dinge hätte ich anders gemacht, aber jetzt sehe ich, dass mich jede Entscheidung hierher gebracht hat. Roberto fügte hinzu, ich habe gelernt, dass Stolz und alte Überzeugungen den Verlust der Familie nicht wettmachen können. Du hast mir nicht nur den Hof zurückgegeben, sondern auch die Möglichkeit, wieder dein Vater zu sein. Sie gingen weiter durch die Felder, die nun unter seiner aufmerksamen Leitung gedeihen. Der Betrieb wurde nicht nur als Unternehmen gestärkt, sondern auch als ein Zuhause für sie und die Arbeiter, die die positive Veränderung spürten. An einem heißen Sommernachmittag, als er sich auf der Veranda ausruhte, sagte Roberto, Mirela, ich möchte etwas tun, um nicht nur dir mein Bedauern zu zeigen, sondern auch, um zu versuchen, etwas von dem wieder gut zu machen, was ich bei Carlos und Raphael versäumt habe. Neugierig fragte Mirela, was hast du vor? Ich möchte einen Teil des Hofes einem Gemeinschaftsprojekt widmen, erklärte Roberto. Ein Ort, an dem junge Menschen etwas über Landwirtschaft, Wirtschaft und Verantwortung lernen können, etwas, das ich Carlos und Raphael nicht beibringen konnte. Mirela lächelte, begeistert von der Idee und sagte, das wäre unglaublich, Papa, eine Möglichkeit, das, was wir gelernt haben, weiterzugeben und vielleicht das Leben von jemandem zu verändern, so wie wir es getan haben. Mit diesen Plänen und Projekten werden Mirela und Roberto nicht nur die Farm, sondern auch ihre Beziehung wieder aufbauen. Die Fazenda Almeida wurde zu einem Symbol für Erneuerung und Hoffnung, zu einem Ort, an dem die Vergangenheit in Ehren gehalten wird, die Zukunft aber mit Begeisterung und Offenheit für neue Möglichkeiten begrüßt wird. Und als die Sonne unterging und den Himmel orange und rosa färbte, wussten sie, dass sich die Reise gelohnt hatte. Der Bauernhof, der nun ein Ort echter Zuneigung und Zusammenarbeit ist, war ein lebendiges Zeugnis dafür, dass es nie zu spät für Veränderung und Erlösung ist. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat und Sie bis hierher gekommen sind, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, IN zu mögen und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit Sie keins unserer kommenden Videos verpassen.